Armin Younes bricht durch, geht in den 16er rein, links, spiel jetzt in den Rückraum, jetzt kannst du Schusschanze geben, Rustic, abgeblockt, nochmal Rustic, der Ball ist drin, der Ball ist drin, 1-1, Aydin Rustic, das ist es, mach den Ball rein, das ist es, also, der Rustic war, der Ball im Sitzen, im Sitzen.